Sechs Freunde sind in einem mysteriösen Wald gefangen, in dem die Zeit stillsteht. Hunger und Kälte treiben sie zurück zur Herberge. Auf dem Weg dorthin werden sie von jemandem beobachtet. Als John und Isabel in der Herberge ankommen, finden sie das Haus verlassen vor. Wirtin Magda scheint urplötzlich ausgezogen zu sein. Zum Glück entdeckt John im Keller noch ein paar Dosen Ravioli, sodass die Freunde etwas zum Essen bekommen und sich ihre Laune bessert.